Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Servus Leute und willkommen bei der Tagesschau. Klimaproteste in Nürnberg. Eine Gruppe von Hype-Starken klebt sich auf der Straße fest. Laut Berichten verwenden die kleinen Sträuche dafür Ofenkäse. Und damit schreiten wir live nach Nürnberg zu unserem Korrespondenten Jerry G., der vielleicht ein Interview mit einem der Aktivisten führen kann. Jerry, wie ist die Lage in Nürnberg? Ach komm Rainer, weißt du wer ich bin? Weißt du wer ich bin? Medleude, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Oh, ein Kamerastrolch. Nein mein Freund, ich weiß nicht wer du bist, aber du kannst dich gerne zu mir setzen und wir plaudern ein bisschen. Wie, du fragst mich Etzela, ob ich zu diesen Klimaklimmern gehöre? Ho, ho, ho. Aber natürlich, meine Umwelt liegt mir sehr am Herzen. Ich führe diese Aktion sogar an. Schau dir nur mal meine ganzen kleinen Sträuche an, wie sie sich mit feinstem Ofenkäse an die Straße geklebt haben. Sonst gehst du schon auf den Ruder. Komm ich jetzt im Fernsehen? Komm ich dann im Fernsehen. Komm ich jetzt.